Hallo und willkommen zurück zu Dead State. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Schule kostet mich momentan eine extreme Menge Energie. Nichtsdestotrotz, das ist etwas, das mir sehr persönlich wichtig ist und deswegen nehme ich die Müdigkeit dann doch gerne in Kauf. Es erfordert dann natürlich etwas Selbstbeherrschung, sich abends nach zwei Stunden Hausaufgaben und Lernen dann noch hinzusetzen und noch eine Folge aufzunehmen. Aber wie gesagt, das bedeutet mir jetzt auch was, also möchte ich da natürlich möglichst keine Abstriche machen oder nur so geringe wie möglich. Gut, die Situation war folgende, wir sind immer noch im Supermarkt und ja, genau, dieses Regal hatten wir. Der Position von Anita nach, würde ich sagen, hatten wir dieses Regal auch schon. Was diesen Einkaufswagen angeht, meh. Weniger Interesse, weil wir uns dafür einfach durch zu viele Zombies durchkämpfen müssen. Aber dieses eine Regal, vor allem weil es das Apothekenregal ist, möchte ich eigentlich schon. Okay, damit hatte ich jetzt gerechnet. Ich hatte nur gehofft, dass wir es... Zwei und... 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 Ja, Mist, verdammter. Ziehen wir René hier rüber. Bringen Anita schon mal hier hin. Und lassen ihn ganz weit fliehen. Komm, drück ihn weg. Ja, hervorragend. Knappe Sache, vor allem, da unsere Begleiter ja alle sich infizieren können. Du versorgst jetzt aber mal sowas von, Edward. Ernsthaft, so ein Treffer. Von denen bewegt sich keiner. Sehr schön. Er hat dabei Reinigungstabletten. Wasserreinigung mit Sicherheit. Und sechs Antibiotika. Das nennen wir mal einen Jackpot. Zur Vordertür raus können wir mal pflegt abhaken. Also nehmen wir lieber das, was wir haben. Und verdrücken uns still und heimlich. Ich habe gesagt, still und heimlich. Auf rumzurennen, als ob du von der Tarantel gestochen wärst. Und den Rest, naja, den lassen wir mal, wie er ist. Jetzt ist nur noch die Frage, hier rum raus. Das beinhaltet die Option auf ein bisschen Beute. Bedeutet aber wahrscheinlich auch, dass sich hier um die Ecke herum Zombies befinden werden. Und diese zusätzliche Verletzung hat jetzt natürlich reingehauen. Und ich werde dafür nicht neu laden. Das macht gar keinen Sinn. Ein Zombie. Nähern wir uns mal vorsichtig. Aufgrund dieser schönen Mauer kommen wir natürlich nicht an dem vorbei. Aber aufgrund der Entfernung sollten wir mit ihm eigentlich gut klarkommen. Na komm her, so. 7 AP. Damit kommt er natürlich eigentlich nicht wirklich weit. Nützt uns erstmal auch nichts. Aber das war ein sehr schöner Treffer. Und wenn wir das jetzt noch einmal wiederholen können, natürlich nicht. Komm hervorragend. Es tut dringend Not, dass wir bessere Rüstungen bekommen. Schön, die hat von dem Ganzen nichts mitbekommen. Dann gucken wir, dass wir uns möglichst an der Seite vorbeidrücken. Schade, dass es ansonsten so wenig zu erbeuten gab. Aber ich glaube, wir haben so hier schon einen ganz guten Schnitt gemacht. Wir haben 10.32 Uhr. Da sind wir schon gewesen. Könnten noch eine kleine Erkundungstour hinlegen. Ah, genau, die hatten wir beim letzten Mal schon. Wir müssen halt nur aufpassen, dass wir halt nicht zu lange zurück brauchen. Und ich würde zwar gerne mehr machen momentan, aber der Haken ist natürlich. Verletzungen ziehen uns massiv runter. Der Vorteil wiederum ist, durch die kleineren Schritte kriegen wir auch unsere Moral deutlich besser stabilisiert. Ah, Special Items. 25 Nahrung, das ist gut. Das heißt, wir haben generell ein Plus. Treibstoff, naja, hätte besser laufen können. Luxusgegenstände, Teile, naja, hätten auch mehr sein können. Aber alles in allem keine schlechte Ausbeute. Komm, leg den Zahn zu. So weit müsste alles ausgeräumt sein. Ich kontrolliere es natürlich trotzdem. Die Kettensäge. Ja, sowas ist natürlich so ein Gegenstand. Total Zombie-Apokalypse, aber das Lärmpotenzial, das ist natürlich Killer. Und Davis hat nichts. Dann schauen wir noch, wie es hier aussieht. Mit Elaine reden wir gleich. René, könnten wir? Nein, können wir nicht. Nein, können wir nicht. Ach, ist auch die falsche Anita-Bild. Ah, okay, ein Wachtturm könnten wir bauen. Was generell keine schlechte Idee ist, erhöht die Sicherheit. Erhöhte Sicherheit sorgt dafür, dass sich alle wohler fühlen. Uns fehlen eine Menge Teile für einen Holzzaun oder für einen, ja, für einen versteckten Zaun sowieso. Garage, sind wir noch fernab. Dachgarten oder ein, naja, dafür haben wir. Für die meisten Dinge fehlt uns einfach zu viel in alle Richtungen. Eine Brechstange und drei, also die Brechstange könnten wir ohne weiteres erübrigen, aber die Teile fehlen uns noch. Es wäre also gut, wenn wir bei weiteren Ausflügen mal die Augen offen halten werden. Aber das werden wir sowieso tun und da ja dieses Strip-Mall aufgepoppt ist, das ist natürlich so ein Ort, wo wir wahrscheinlich eine Menge Teile finden können. Ja, der Zaun ist momentan stabil genug. Gegenstände herstellen, ja, dafür haben wir natürlich... Von allen Seiten zu wenig, aber das wundert auch nicht. Ihr bleibt erstmal in Party und dann beenden wir den Tag. Ja, es wäre natürlich toll, wenn wir noch irgendwie die Teile aufgetrieben hätten. Nur wir haben ja elf Teile mitgebracht, also es ist nicht so, als ob wir gar nichts mitgebracht hätten. So, wir versuchen nochmal Elayne zu erreichen. Heult weniger, aber Start seit Stunden. Ah, Führerschaft. Es tut mir leid, dass ich so ungeduldig war. Ritt mit mir. Ich sitze hier einfach nur und warte, dass du was sagst. Ist in Ordnung, ich bin hier. Hm, das ist jetzt, glaube ich, so ein Punkt... Ja, es war... Oh mein Gott, wir haben Worte aus hier rausbekommen. Es tut ihr leid. Wir reden ein andermal. Hey, aber wir haben einen Fortschritt gemacht. Sie hat Worte gesagt, die wir verstehen konnten. Also, Nahrung haben wir genug. Die Moral ist endlich im Plus gelandet. Moral Minus, Moral Plus, sieht soweit gut aus. Tage ohne Antibiotika. Verstehe ich momentan ehrlich gesagt nicht so richtig, aber Treibstoff müssen wir auch drauf achten. Also, Teile und Treibstoff. Gerade noch rechtzeitig, er ist gerade aufgewacht. Oh, ach stimmt, da gab es ja noch den einen Patienten, der noch nicht aufgewacht war. Duck. Aha. Ich erinnere mich an sein Bild. Mhm. Hä? Wo bin ich? Wo ist mein Laptop? Aha. Ja, das ist eine wichtige Sorge. Äh, versuch dich zu entspannen. Du bist, äh, für einige... Äh, bin ich verletzt? Habe ich noch meine Arme? Okay. Sind meine Beine gelähmt? Nein. Äh, warte, da sind sie. Puh, ich dachte, ich wäre schon verkrüppelt. Ähm, oh, äh, Entschuldigung. Bitte sag mir, dass das die Karibik ist. Puh, he, 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 you wish. Ja, man, you're just in time for coconut daiquiris and Cuban cigars. He, 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 he. Äh. Dann hörst du dich an den Absturz. Ja, das Flugzeug ging runter. Geschreie, all das. Das Wichtigste war aber, dass ich es irgendwie auf eine Insel geschafft habe. Meine Pläne sind zu 99% davon abhängig. Ähm, ähm. Don't you smell the ocean air? Riechst du nicht die Meeresluft? Äh, äh, das ist eine Art Insel, wenn man so sieht, dass wir alle in einem Meer von Scheiße und so schwimmen. Oh. Äh, das Gegenteil von, äh, einer Insel. Du könntest nicht auf mehr Land sein. Äh, macht nichts. Äh, da die erste Phase meines Plans nicht funktioniert hat, denke ich, äh, wenn ich voll darauf vorbereite, Phase 2. Äh, er hat einen Plan. Okay. Nachdenken. Wo ist das Mädchen? Ich denke, sie war hier. Mal sag ihr, dass ich, äh, eine Karte der Umgebung brauche. Äh. Gehandicapter Mann. Besorg mir einen Laptop aus meinen Sachen. So, ne? Du. Besorg mir mal, äh. Äh, du versorgst mich jetzt bitte mit einer generellen Übersicht über unsere Vorräte und potenziellen Alliierten. Äh. Yes, Sir, Mr. General, Sir. Äh, äh, wer, wer stimmt dafür, dass wir ihn wieder bewusstlos schlagen? Äh, äh, ja. Wenn du nicht willst, dass ich dein Leben rette. Lass mich meinen Plan für dich klarstellen. Schritt 1. Ein mysteriöser Virus hat jeder Mann den Verstand verlieren lassen. Anarchie herrscht, dumme Leute werden, äh, getötet, weil sie dumm sind. Schritt 2. Ein Anführer, der ruhig auf Logik beruhend, äh, äh, beruhend agiert, also ich, kommt mit einem super beeindruckenden Plan, um eine Gruppe von weniger dummen Menschen am Leben zu halten, während der Rest der Idioten, äh, ein sympathischer Kerl. Ich wäre dafür, dass wir ihn im Zweifel als Köder verwenden. Schritt 3. Wir bauen die Welt, äh, als Platz von Vernunft und Wissenschaft wieder neu auf, wo ich als Held für, äh, das Erschaffen eines neuen goldenen Zeitalters verehrt werde. Ach ja, und ihr seid auch herzlich eingeladen. Ende. Mhm. Ähm. Diese dummen Leute sterben gerade und kommen wieder zurück. Sie sind uns gerade ein wenig in der Überzahl. Hm, das ist nicht sehr logisch. Hm. Sieht so aus, als muss ich das nochmal überdenken und mit einem neuen Plan aufkommen. Okay. Gib mir etwas Platz. Ich muss jetzt denken. Also, ich glaube, der reagiert nicht gut da drauf, wenn wir dem sagen, dass wir das Kommando haben. Aber wir lassen ihn mal ruhig im Glauben. Hm. Komm schnell, es steht jemand am Tor. Okay. Sind sie in Ordnung? Die Schule. Bin ich zurück. Hey, der sieht aus wie jemand, mit dem wir arbeiten könnten. Der sieht genauso bekloppt aus, äh, dass er willens ist, mit Zombies anzulegen. Die Schule. Bin ich zurück. Er ist in Blut über, äh, 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 er ist Blut überströmt. Und wenn das seins ist, könnte er in einem Schockzustand sein. Das Blut. In der Schule. Mein Mund ist so trocken. Äh, warum bist du so in Blut bedeckt? Ist das dein Blut? Ich töte sie alle, so viele. Hey, das sieht doch mal aus wie jemand, der ein Ziel hat. Ein verdrehtes Ziel. Ich glaube, er halluziniert. Ich kann nicht aufhören. Ich muss, äh. Er bricht zusammen. Es scheint erschöpft zu sein. Wir sollten ihn reinholen. Genau. Gut, ich seh, ich kann mich grob dran erinnern. Ich hab ja mal erzählt, ich hab Let's Plays von dem Spiel gesehen. Also der Typ ist nicht gerade eine Stimmungskanone, aber wenn man ihn Zombies umhauen lässt, ist der total happy. Und ich glaube, das ist genauso jemand, den wir brauchen. Gut, ich kümmere mich darum, das, äh, äh, zu sehen, was wir für ihn tun können. So wie es ihm jetzt geht, glaube ich, dass er mindestens ein, zwei Tage ausgenockt sein wird. Okay, einmal später. Und natürlich dürfen wir hier weiter vor der Tür rumgammeln. Äh, Heilung hat halbwegs einiges gebracht. Entschuldigt bitte. Ey, 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 ey. Hören wir doch mal, ob das Radio was zu sagen hat. Natürlich hat das Radio was zu sagen. Heute habe ich einen Anruf von einem Zuhörer in, äh, Loma Alta erhalten. Sie hat den folgenden Kommentar, äh, hinterlassen. Lane, ich habe mich, äh, in einem Gebäude verbarrikadiert und fühle mich jetzt sicher, aber die Toten sind, äh, den ganzen ersten Stock verteilt und ihr, äh, konstantes Gestöhne, äh, macht es mir, äh, äh, lässt es mir, äh, äh, kaum möglich zu schlafen. Könntest du irgendwas spielen, um das, äh, 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 um den furchtbaren Sound auszublenden, sodass ich ein paar Stunden Ruhe bekomme? Äh, ja, ich habe, äh, Mitgefühl und hoffe, dass es dir hilft. Von ihrem 1996er-Album Kids Eat Steve. Oh, toller Bandname für eine Zombie-Apokalypse. Nee, für, äh, für ein, äh, äh, für ein Album. Die Toast Magnets mit Little Honey Butter. Mhm. Naja, immerhin sehr mitfühlend. Wenn die Dame noch gesagt hätte, wo, könnten wir, wenn es nicht zu weit weg ist, bei ihr vorbeischauen. Ja, ja, das, äh, hast du schon erwähnt gehabt. Und versuchen, sie da rauszuholen. Was haben wir? Wir haben Max Gatz, sick, 72 Stunden. Doug Schulz, auch sick, aber nur 24 Stunden. Mhm, Elaine ist weiter unkooperativ. Davis ist Maintenance. Oh, wir haben eine Menge Jobs zur Verfügung inzwischen. Da ist der Timer, aber ich möchte das jetzt noch in Ruhe durchgehen. Ähm, René. Okay, was mir fehlt, ist eine halbwegs anständige Anzeige der Gesundheit, sodass ich das ein bisschen besser abschätzen kann. Aber ich glaube, der Einzige, der richtig ernsthaft verletzt war, war Edward. Also, sollte das nicht das Problem sein. Ja, äh, 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 ich hätte schon Lust darauf, das Ding bauen zu lassen. Äh, wie lange würde das denn dauern? Äh, äh, nee, lassen wir das erst mal. Reparieren möchten wir auch gerade nichts. Ähm. Hm. Also, ich möchte eigentlich nicht auf ihre Stärke, vor allem im Kampf, verzichten müssen. Auf uns können sich, äh, äh, können wir eh nicht verzichten. Ähm, äh, Joel. Ja, Joel hat aber kaum was drauf von den Skills her. Ähm. Ich meine, wenn wir Max haben und Duck ist auch wieder fit. Ne, wir bleiben erstmal bei unserer Viermann-Truppe. Dann kriegen wir im Zweifel mehr nach Hause geschleppt. Und dann suchen wir uns beim nächsten Mal ein schönes Ziel aus. Ich hoffe mal, da gibt es auch was für uns. Tja, dass, äh, Max natürlich so lange, äh, braucht, um wieder fit zu werden, ist natürlich schade. Auf der anderen Seite, so einer, der total darauf steht, Zombies abzuschlachten, das könnte genau das sein, was uns gefehlt hat. Ähm, ähm, ich speichere einmal kurz und dann schauen wir mal nach. Also, per se den, die Managed Strip Mall wird wahrscheinlich unser nächstes Ziel werden. Und eventuell entdecken wir dann ja was in der Nähe. Äh, schauen wir mal. Wir haben drei Skill-Punkte, haben wir tatsächlich ein ganz, ganz, ganz klitzekleines bisschen aufgelevelt. Ähm. So, wir können unseren Nahkampf-Skill erhöhen und das ist gar keine schlechte Idee. Vor allem, weil das wahrscheinlich auch beinhaltet, eben nicht getroffen zu werden. Äh, ja, Medizin möchte ich keine Punkte drauf verwenden, auch wenn wir es hin und wieder selber machen müssen, aber es ist, äh, eher etwas, was wir vermeiden sollten. Den einen Punkt Fernkampf, äh, das werden wir wahrscheinlich später irgendwann mal machen. Ähm, nee, wir gehen erstmal weiter auf Nahkampf. Ich denke, das ist das Vernünftigste. Inventar ist egal, haben wir so oder... Das ist eine schöne Übersicht. René nur leicht verletzt, Joel mal auch ein bisschen angekratzt und, äh, Anita ist fit. Max ist unhappy, aber das, äh, äh, lässt sich nicht anderweitig, glaube ich, regeln. Aber, guckt euch seine Lebenspunkte an. Hm, der Mann ist, ähm, ne, das sind die generellen Statistiken. Der Mann ist eine Kampfmaschine. Ne, dementsprechend, äh, äh, ja, Persönlichkeit abrasive, ne, aufreibend. Da noch, aha. Ah, der will unbedingt einen Wachturm haben. Ja gut, das, äh, macht durchaus Sinn. Aber wir müssen natürlich eins und am anderen... Ja, er möchte einen Brunnen haben. Ich würde auch bevorzugen, einen Brunnen zu haben. Keine Wachen. Ähm, das könnte ich nur mal ganz schnell ausprobieren. Ja, ich ziehe die Episode jetzt in die Ränge, aber da ich jetzt keine zweite aufnehmen werde, weil, wie eingangs gesagt, ne, Schule, momentan schon ein bisschen stressig, ne, was... Ich hab mal eben so zwei, ja, zweieinhalb Seiten insgesamt nur an Text aus der Hand herausgeschrieben. Äh, ähm... Okay, also wir brauchen einen Wachturm so oder so, um einen Wächter aufstellen zu können. Gut, damit lassen wir es für heute mal gut sein. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Es war mir wie immer ein großes Vergnügen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch kostet nichts. Wenn es nicht gefallen hat, Daumen runter kostet auch nichts. Fragen, Vorschläge, Anregungen wie immer runter in die Kommentarsektion. Link zum Spiel gibt es in der Videobeschreibung. Und wenn alles nichts hilft, dann killen wir beim nächsten Mal wieder die Zombies. Bis dahin. Ciao.